In den nächsten Tagen wird es gefährlich, denn ein Sturm zieht auf. Am Dienstag wird er uns erreichen. Es gibt schwere Sturmböen im Flachland und lokal sind auch Orkanböen möglich. Wir schauen jetzt mal auf die Wetterlage vom Dienstag. Hier haben wir nämlich das Sturmtief, das über die Niederlande mit seinem Kern in Richtung Norddeutschland zieht. Aber ganz Deutschland wird von Sturmböen erfasst. Im Südosten passiert das erst am Dienstagabend. Im Nordwesten geht es schon morgens los und wir sehen anhand der Farben hier, da ist auch mal Lila mit dabei. Das heißt vor allem auf den Bergen und an der Nordseeküste sind sogar Orkanböen möglich. Am Dienstag und Mittwoch muss auf jeden Fall mit Einschränkungen im Straßenschienen und Fährverkehr gerechnet werden. Erfahrungsgemäß wird da einiges durcheinandergewirbelt. Wir gehen die nächsten drei Tage jetzt aber erstmal chronologisch durch. Dann erstmal haben wir den Montag vor uns. Da gibt es sehr unterschiedliches Wetter im Norden, wechselhaftes und windiges Schauerwetter. Dann ein Streifen, wo es einigermaßen freundlich und größtenteils trocken ist. Und weiter in Richtung Süden von Rheinland-Pfalz bis nach Niederbayern liegt eine Regenfront. Da wird es ein sehr nasser Tag im äußersten Süden am Alpenrand. Da kommt sogar mal die Sonne raus am Vormittag. Aber es wird auch im Süden mal etwas windiger. Hier sehen wir nochmal diese Niederschlagsfront, die auch weiterhin ein paar Schneeflocken bringt. Vor allem im Erzgebirge und auch im Bayerischen Wald. Schauen wir auf die Temperaturen, die recht einheitlich sind. Meist so 6 bis 8 Grad, 3 Grad sind es im höheren Bergland und bis maximal 10 Grad am Oberrhein. Dann kommt der eigentliche Sturm-Dienstag. Und da gibt es nicht nur viel Wind, sondern auch sehr viel Regen. Am Vormittag wird es kurzzeitig milder mit bis zu 13 Grad. Zum Nachmittag kommt dann von Nordwesten allerdings auch schon die Kaltruft rein. Und die bringt teilweise kräftige Schauer, die dann eben nicht mehr nur als Regen, sondern auch als Graupel Schneeregen und Schneefallen, insbesondere in Süddeutschland. Und am Mittwoch, da wird es dann erst an der Ostsee so richtig zur Sache gehen. Hier sind dann nochmal orkanartige Böen möglich.